kurzes update von dem md-recorder wegen dem laser habe ich ja hier versucht zu reinigen den laser aber leider hatte immer noch diesen lese probleme manchmal ab und zu mal koschen autofokus versucht ob das licht naja geht nicht dass ich irgendwie rein leuchten kann leider hat immer noch diese vorselchen an seite von dem laser jetzt war es ganz gut ich habe schon mit 20 stunden versucht wegzumachen und hatte ich geholfen hab ja mit mich akku spiritus gemacht in der mitte von laser wissen gereinigt hat drops nicht geholfen naja man kann ich ja eh nicht kaputt machen und wer gefällt an den motor der schildmotor was das ist keine ahnung ob das fett ist oder nicht und ersatz laser bekomme ich ja eh nicht aus dem internet hab ich ja eh jetzt kein md reingegeben naja was kann man sonst machen und zudem hier kommt ja noch ein video dann und dann geht es um die kreis 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 und dann geht es um die kreis